Hallo, ich bin Otro Torno, Business- und Kairos-Coach. Ich freue mich, dass Sie sich für das Führungskräfte-Mentoring-Programm aus Fulda interessieren. Wie sehr gelingt es Ihnen zurzeit, die Explosion von Vernetzungsdichte Home Office New Work zu managen? Wie sehr gelingt es Ihnen, aktuell in einer Welt voller Unkalkulierbarkeit, Unsicherheit, Ungewissheit und Mehrdeutigkeit, sich selbst und andere zu lenken, leiten und zu motivieren? Führungskultur ist im Umbruch. Übrigens nicht erst seit letztem Jahr. Die letzten Monate zwangen zum schnelleren Umdenken. Führende Linienhierarchie und kennzahlengesteuertes Management gefährden heute Unternehmen. Ein Paradigmenwechsel wird nicht nur von den jungen Menschen gefordert. Führungskräfte sind nun mal in Sandwich-Positionen. Auf der einen Seite fordern die Shareholder gute Renditen, auf der anderen die Menschen gute Arbeitsbedingungen. Ein immenser Druck. In den Chefetagen geht es einmal mehr darum, die Arbeit zwischen Büro und Homeoffice auszubalancieren. Teams auch auf Distanz zusammenzuhalten und gleichzeitig das eigene Geschäft weiterzuentwickeln oder komplett neu zu erfinden. Wer gestern noch Kollege war und heute in Führungsverantwortung ist, steht gleich vor mehreren Herausforderungen. Das alles wissen Sie längst und ist Teil Ihrer täglichen Arbeit. Was hinderte Sie bisher daran, Änderungen vorzunehmen, von denen Sie wissen, dass Sie Ihnen helfen würden, eine wirkungsvollere Führungskraft zu werden? Was haben Sie und Ihr Team im vergangenen Jahr dazu beigetragen, um die Wahrnehmung Ihres Unternehmens positiv zu steigern? Es attraktiver zu machen, nach innen und auch in der Außenwirkung. Ethisch wertvoller, ehrlicher, transparenter. Welche Fortschritte haben Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den vergangenen zwei Monaten gemacht? Wie gehen Sie selbst mit Widerständen und Rückschlägen um? Und wie sehr gelingt es Ihnen, Menschen zu ermutigen, Kontrolle und Verantwortung zu übernehmen in der heutigen komplexen Welt? In meinem Online-Mentoring-Programm für Führungskräfte erfahren Sie unter anderem Menschenführung und Entscheidungskompetenz. Worauf kommt es heute an? Sie erfahren mehr zu Ihrer Rolle als Führungskraft in Ihrem Unternehmen. Was heißt Mitarbeiterführung zeitgemäß und generationsgerecht? Welche Auswirkungen Führungsstile auf den Unternehmenserfolg haben und welche heute erfolgreich für Sie und Ihr Unternehmen sind? Welche Führungstechniken zeitgemäß, wirkungsvoll und zielführend sind? Wie Sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu eigenverantwortlichen Kollegen entwickeln? Wie gelingt der Spagat? Wertschätzend im Ton, dennoch klar in der Ansage in der täglichen Führungspraxis? Wie Sie wirtschaftliche Schäden durch Konfliktkompetenz begrenzen können? Und wie es Ihnen gelingt, aus einer Gruppe ein Hochleistungsteam zu formen? Und natürlich, wie Sie Veränderungen nachhaltig im Unternehmen platzieren können? In diesem Mentoring-Programm erarbeiten die Teilnehmenden für sich in acht geschlossenen und aufeinander aufbauenden Modulen ihre ganz persönliche und passende Führungspersönlichkeit. Die Modulabstände sind so gelegt, dass die Teilnehmenden die Zwischenzeit nutzen können, ihre erworbenen Kenntnisse auszuprobieren und im Unternehmen umzusetzen. Das Ganze praxisnah, umsetzbar, zeitgemäß. Das Führungskräftetraining ist für Sie das Richtige, wenn Sie sich als Verantwortungsträger, als Verantwortungsträgerin verstehen und Ihr Unternehmen und Mitarbeitenden in die Zukunft führen möchten. Wenn Sie sich persönlich weiterentwickeln wollen. Und wenn Sie den Mut haben, sich kritisch zu hinterfragen. Und wenn Sie Ihre Potenziale in Ihrer Rolle als Führungskraft voll ausschöpfen wollen. Wenn Sie zielgerichteter und leichter Ihrer Führungspraxis gestalten wollen. Wenn Ihnen Menschen wichtig sind. Und wenn Sie selbst wirksamer durchs Leben gehen wollen, beruflich und auch privat. Und vor allem dann, wenn Sie genialer statt fleißiger führen, lenken, leiten, motivieren wollen. Und Ihr Unternehmen mitgestalten wollen. Was Sie in meinem Online-Mentoring genau bekommen. Umfangreiche Analysen zur Selbstreflexion. Umfangreiche Wörtsheets zur Vorbereitung und Nachbereitung. Konstruktives, ehrliches, kollegiales Feedback. Austausch und Möglichkeit zu trainieren und Erfahrungen zu sammeln mit Gleichgesinnten. Fundiertes aktuelles Praxis-Know-how. Steigerung Ihrer Umsetzungskompetenz. Arbeiten an Ihren Praxisfällen. Austausch mit Gleichgesinnten. Gezielte Entwicklung der eigenen Führungspersönlichkeit. Und zusätzlich Zugang zu umfangreichen Unterlagen. Wenn Sie sich für das Führungskräftetraining interessieren, dann tragen Sie sich dazu mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse unten im Kontaktformular ein. Ich freue mich schon heute auf Sie.